Geprägt mit der Inspiration und der Technologie von Yamahas Flaggschiff-Keyboards der Tyrus-Klasse ist das PSR S650 ein voll ausgestattetes Arranger-Keyboard zu einem bemerkenswert erschwinglichen Preis. Mega Voice Technology und Guitar Enhancement verleihen zahlreiche Artikulationen, Spieltechniken und typische Sounds, um penibel die musikalischen Nuancen der Naturinstrumente nachzuahmen. Inspiriert durch Studio-Erfahrung liefern die eingebauten Lautsprecher einen knackigen, leistungsstarken Sound. Und der 16-Spur-Sequencer bietet viele Möglichkeiten für Mehrspurproduktionen. Allein das würde ausreichen, um das PSR S650 zu einem Hit zu machen. Aber es gibt noch mehr. Dank dem Flash-ROM-Erweiterungsspeicher können neue Klangfarben und Begleit-Styles von einer Vielzahl an Erweiterungspaketen in das PSR S650 geladen werden. Jedes dieser Pakete repräsentiert eine musikalische Stilistik oder eine lokale Region und kann ganz einfach über den USB-to-Device geladen werden. Das erste Paket, frei nach Wahl, ist sogar kostenlos. Eine großartige Möglichkeit, auf musikalische Weltreise zu gehen. Musik ganz ohne Grenzen.